Ziehe die Formen an den richtigen Platz. Gleichseitiges Dreieck Stumpfwinkeliges gleichschenkliges Dreieck Spitzwinkeliges ungleichseitiges Dreieck Kannst du jetzt diese Formen finden? Wenn du 10 berührst, entdeckst du den Namen des Ortes. Rechteck Trapez Kreis Ziehe die Karte zu der richtigen Form. Neuneck Rechteck Berühre die Form, die nicht dazugehört. Rechtwinkliges ungleichseitiges Dreieck Rechteck Hierfür Ja! 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 Achse Untertitelung des ZDF, 2020